Servus. Servus Takashi. Takashi Usami, Superstar. Erster Japaner bei den Bayern. Willkommen zum Premierenfeuerwerk. Das ist seine neue Berufsbegleitung. Das sind seine neuen Kumpels. Das sein neues, naja, altes Arbeitsgerät. Und das sind seine ersten Worte auf Deutsch. Servus. Mein Name ist Stu Takashi. Nennen Sie mich Takashi. Ja, machen wir doch glatt. Und das soll sein neues Wohnzimmer werden. Dass das recht zügig geht, erhoffen sich die Bayern-Verantwortlichen. Usami muss sich ins Kollektiv einfügen, Bayer werden. Schon eine Krachleder in dem Schrank? Ja, Madagatena ist es nicht. Nein, ich habe noch nicht gekauft. Usami, big in Japan. Der erst 19-Jährige in seiner Heimat ein Held. Und auch hier die Entwicklung ähnlich. Takashi Usami, Superstar.